Ja, neben mir steht Gregor Meile, gleich bei Pop am Fluss zu hören. Gregor Meile ist geboren im Jaxthausen. Kleine Städte sind ihm also bekannt. Wie gefällt Ihnen Weilburg? Ich habe nicht wirklich viel von der Stadt gesehen, der Klassiker, aber was ganz toll ist, dass wir haben die Möglichkeit gehabt, heute Kanu zu fahren. Das heißt, auf der Lahn, wir sind hier wirklich, ist ja ganz toll mit den Felsen. Das haben wir gesehen und dann haben wir eine sehr schöne Zeit hier Backstage verbracht. Das ist ganz toll organisiert alles. Das ist eine Riesenveranstaltung. Und ich glaube, so wie es aussieht von hier unten gesehen, ist ja auch lustig, dass es total schön ist, Weilburg. Müssen Sie noch mal wiederkommen auf jeden Fall? Natürlich, wenn das noch mal stattfindet, sind wir noch mal da. Aber es ist natürlich ganz traurig, dass man oft irgendwo ist, aber nicht viel von den Städten sieht. Aber es wird immer mehr. Ich habe so ein Klappfahrrad mittlerweile, da kann ich dann ein bisschen rumgucken, so im Sommer. Es wird immer mehr, dass man mal ein paar Städte sieht. Aber wir kommen schon ganz schön viel rum, haben auch schon ein paar Sachen gesehen und Weilburg dann beim nächsten Mal. Ja, in Mittelhessen ist Ihnen ja nicht unbekannt. Sie waren in Marburg, Wohnzimmerkonzert, jetzt Pop am Fluss in Weilburg. Was ist denn besser? So ein großes Konzert, so ein kleines Wohnzimmerkonzert? Ach, das kommt drauf an jetzt. Also du machst natürlich ein anderes Set, wenn du auf so größeren Bühnen spielst. Dann muss alles so ein bisschen, dann geht alles so ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Energie rüber geschoben. Das ist auch sehr schön. Vor allem so ein Festival ist sehr schön, weil es für die für die Leute cool ist, weil die eine unterschiedliche Musikrichtung auch kriegen, den ganzen Abend. Und Marburg, also in Dagobertshausen, wo wir ja auch gerne proben und oft sind, ist natürlich ein Träumchen, weil man da sich fast schon oder mittlerweile auch echt zu Hause fühlt. Es ist eine ganz tolle Location und da ist das alles ein bisschen gemütlicher. Also ich finde beide Sachen gut. Wir haben das Glück, dass wir beide Sachen spielen können. Früher waren es eigentlich nur so kleine Wohnzimmerkonzerte. Und aber wir machen das natürlich auch sehr gerne. Also wenn wir so unser Set machen, dass wir sagen, wir spielen zwei, drei Stunden abends, dann bin ich eigentlich lieber in kleineren Locations. Ja heute mit dem Doppelpack auf der Bühne, also hintereinander. Max Giesinger, Gregor Meile. Gibt es da so eine Rivalität dann? Oder mal anders gefragt, wer wird denn das Weilburger Publikum besser begeistern? Gregor Meile oder Max Giesinger? Das ist ja Max auf jeden Fall. Also das ist Energiebündel, geile Show, junge Kerl, sehen gut aus. Ist alles am Start. Und wir haben es auch extra so gemacht, dass Max hinterher spielt. Und weil es einfach schöne Partymusik ist und auch Songs, die man aus dem Radio kennt. Und wir sind so, ich sage jetzt mal eher fürs ältere Publikum da. Vielleicht auch für die Eltern, die heute mitgekommen sind. Und das ist ja auch ganz klar. Also wir sind alle Familienväter um die 40, Mitte 40. Und genau dieses Publikum haben wir auch. Und das ist total schön. Und Max ist natürlich viel jünger. Und das ist natürlich eine tolle Schnittmenge, weil du halt auch beides irgendwie bedienen kannst. Und ich immer sehr froh bin, wenn wir nicht zum Schluss spielen. Weil dann die Erwartungshaltung immer so hoch ist. Oder ich weiß auch nicht. Also wenn es dann so ist, ist es so. Aber wir haben oft so über die Jahre, gerade so Leute wie Max oder Marc Vosser oder alle Leute, die jetzt halt natürlich durchs Radio auch ein viel größeres Publikum auch bekommen haben, wo wir halt jetzt, die haben wir früher auch als Support irgendwie gehabt. Und das hatte ich damals schon gesagt, es macht gar keinen Sinn, dass sie Support spielen. Die müssen eigentlich hinterher spielen, weil die natürlich viel mehr Animation machen und viel mehr Partymucke. Wobei, wir wären heute auch und es klingt aber schon arg bescheiden. Also für so einen bekannten und berühmten und erfolgreichen Künstler. Für uns ist ja das toll, dass wir halt einfach spielen dürfen, dass wir immer noch unterwegs sind, dass wir genug Konzerte spielen. Und im Sommer, wir spielen so kleine Kulturveranstaltungen. Das ist so unser Steckenpferd. Und das auf alten Burgen. Wir haben ganz dieses Jahr bestimmt in zehn Burgen gespielt. Und es war ein Knaller. Also total schön. Und da sind wir eigentlich nicht zu Hause. Also wir sind jetzt nicht auf so riesen Dingern. Müsste ich jetzt nicht das ganze Wochenende haben. Also wenn man sie es raussuchen kann. Die Fans ja nicht so lange warten lassen, weil wir stehen. Wir sind jetzt quasi die einzigen, die noch zwischen dem Auftritt und Gregor Meile stehen. Aber wie ist das denn? Wann hat man denn so das Gefühl, das war ein erfolgreicher Auftritt? Was denkt man sich da? Was muss da zusammenkommen, dass man sagt, das war gut heute? Also erstmal diese Grundvoraussetzung am Anfang, dass alle fit sind. Das ist wenn man... Das ist heute der Fall, oder? Das ist heute der Fall. Wir sind alle ein bisschen müde, weil es jetzt so die letzte Rutsche ist. Wir haben viel gespielt. Aber dadurch ist man natürlich auch gut eingespielt. Und das ist so ein bisschen eine Art Klassentreffen am Wochenende. Wir spielen immer nur am Wochenende. Und es ist tatsächlich so, dass es ein schöner Auftritt war, wenn du beseelt von der Bühne gehst. Und das ist eigentlich zu 99 Prozent, ist es so. Und es gibt selten... Außer du bist wirklich krank. Außer du hast... Du musst dich dann so am Abend durchkämpfen. Oder es ist irgendwas mit dem Sound oder was auch immer. Aber es passiert eigentlich so gut wie nie. Vielleicht ein, zwei Konzerte im Jahr, wo man sagt, das war jetzt heute nicht so gut. Ansonsten ist ja unser Job eigentlich immer... Und das ist auch das Schöne, dass man sich eigentlich immer ganz gut so in die Location anpasst und versucht, den Leuten schönen Abend zu bereiten. Und wenn die dann beseelt nach Hause gehen, dann haben wir auch... Wir haben ja einfach auch Spaß, während wir das machen. Und haben das Glück, dass wir uns nicht unbedingt dem Publikum so anpassen müssen, dass wir eine Dienstleistung machen müssen. Sondern wir machen Musik und die Musik, die uns gefällt. Und haben das Glück, dass es ein paar Leuten da draußen auch gefällt. Und so ist es eigentlich so die beste Kombination. Ich finde keine Formatierung auf beiden Seiten statt. Ja, wer nochmal nachhorchen möchte, ich denke mal, es werden noch einige Lieder von kommen vielleicht heute Abend, der kann sich schon auf eine neue Platte freuen, die Gregor Meiler hat. Und die heißt? Tatsächlich, ich werde ja 40 dieses Jahr und am 13 Oktober... Zweimal 20. Zweimal 20. Ja, ist 40. Ich bin verdient 40, sage ich jetzt mal. Das reicht. Also man hat schon ganz gut gelebt. Und deswegen heißt die Platte auch, hätte auch anders kommen können. Hätte auch anders kommen können. Weil man sehr reflektiert auf Dinge zurückguckt und man sehr glücklich ist über das, was passiert ist. Und sehr dankbar. Und das ist ein sehr schöner Rückblick. Und ich habe eine tolle, tolle Sache gekriegt. Hallo! Der Fan macht wieder Faxen. Ja, da wird jetzt Druck gemacht. Wir lassen uns keinen Druck machen. Was wirklich toll war und eine mega Aktion. Wir haben eine ganz tolle Charity-Aktion gemacht, wo unter anderem Brian Adams Botschafter ist. Und der ist ein ganz toller Fotograf und der hat Fotos von uns gemacht, von mir gemacht für das Album. Und das ist natürlich auch das Cover-Foto geworden. Da bin ich ganz stolz drauf. Und das passt alles echt super gut zusammen. Singt ihr heute was von dem Album? Ja, wir singen zwei neue Songs heute. Und sind aber jetzt im ganzen Sommer mit neuen Songs unterwegs gewesen. Und am 12. Oktober kommt die Platte. Und dann im Herbst ist die ganze Tour mit den neuen Songs. Ein ganz schönes neues Album, was wiederum nicht wirklich ins Radio passt. Aber schöne Musik. Wir ziehen es jetzt durch. Das gönne ich euch. Also, Entschuldigung, Weilburg. Wir haben wieder dafür gesorgt, dass Pop am Fluss ein wenig Verzögerung bekommt. Aber unseren Lesern, unseren Zuschauern gefällt das. Gregor Meile, vielen, vielen Dank. Viel Spaß euch. Danke euch. Tschüss, tschüss.